Wir hatten heute unseren WeCon-Netzwerk-Tag bei Santos. Gleichgesinnten sich austauschen und was wir hier geboten bekommen haben, war auch echt mega. Die Einführung für das Grillseminar hat spitzenmäßig von den Jungs erklärt. Es waren sehr anregende Gespräche und es war verdammt geiles Essen. Also von daher gerne wieder. Das Essen selber zubereitet. Wir haben Tipps und Tricks bekommen, wie man das Fleisch macht, wie man alles anbrät. Das Event ist toll, wie immer. Sehr, sehr gut organisiert. WeCon ist einfach eines der besten Netzwerke, die ich kenne. Ich finde es hier besonders gut, dass man Häuptlinge unter sich hat. Das heißt, man kann sich hier direkt auf eigener Ebene unterhalten. Grundeherum war es ein tolles Event und es macht mega Spaß. Jetzt machen wir noch kurz das Dissert fertig, weil zu jeder Grillparty gehört natürlich der süße Abschluss. War ein gelungener Abend gewesen mit dem Recon-Netzwerk. Auf baldiges Wiedersehen.